Von Inflation spricht man, wenn das Preisniveau von Waren und Dienstleistungen steigt. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel für meinen Haarschnitt noch weniger bezahlt. Das heißt, der Euro hat an Kaufkraft verloren. Für die gleiche Leistung muss ich heuer mehr bezahlen. Aber wie kann man feststellen, wie sich der Effekt der Inflation auswirkt? Jedes Jahr wird ein statistischer Warenkorb mit 770 Durchschnittswaren gefüllt und berechnet. So lässt sich die jährliche Preissteigerung und damit die Inflationsrate errechnen. Wenn Geld weniger wert wird, ist das zwar gut für Schuldner, weil ihre Schulden dann real weniger wert sind, aber schlecht für Investoren. Weniger Zinsen. Deswegen unterscheidet man auch zwischen nominalen Zinsen und realen Zinsen. Ja, es ist wieder mal Zeit für eine Grafik. Der nominale Zinssatz ist das, was du bekommst, wenn man die Inflation mal weglässt. Sagen wir, du investierst 100 Euro für ein Jahr mit einem Zinssatz von 2%. So beträgt die Höhe deiner Auszahlung am Jahresende 102 Euro. Kommt es in diesem Jahr jedoch zu einer Inflation von beispielsweise 1,5%, so musst du diesen Wert von deiner Endsumme abziehen, um den realen Zinssatz zu berechnen. Nominal hast du am Ende des Jahres zwar die 102 Euro. Durch die Inflation ist eine reale Kaufkraft aber nur um 50 Cent auf 100 Euro und 50 Cent gestiegen. Wahrscheinlich denkst du jetzt, wie kann ich mich vor der Inflation schützen? Aktien. Eine Eigentumswohnung. All das kann als Realwert bezeichnet werden. Und Aktienfonds. Aktiengesellschaften können nämlich auf Inflation reagieren, weil die Unternehmen den Preis ihrer Waren und Dienstleistungen an die Inflation anpassen können. Anleger aufgepasst. Aktien werden an der Börse gehandelt und da gibt es kurzfristig hohe Kursschwankungen, was auch zu Kapitalverlusten führen kann. Im Gegenzug hat man dafür die Chance, langfristig einen realen Wertzuwachs zu erzielen. Jetzt weißt du Bescheid über das Schreckgespenst der Inflation und weißt auch, wie man sich davor schützen kann. Kennst du ja aus?